Moin moin, herzlich willkommen zu SketchUp für Holzwerker. Ich bin Johannes und ich möchte mit euch heute hier an diese Stelle von der Werkstatt, wo im Moment nur so ein weißer Platzhalter hingezeichnet ist, einen Werkstatt-Unterschrank planen, ähnlich wie die auf dieser Seite. Das Ganze soll, wenn es fertig ist, so aussehen. Ich habe das hier mal schematisch gezeigt und wir wollen uns dann auch eine Liste machen, welche Teile wir brauchen, die bemaßt ist, wo genau draufsteht, welches Teil ist was. Da sind dieselben Farben hinterlegt wie hier, damit man nachher alles gut zuordnen kann. Und wir wollen auch schauen, was kostet es uns denn, wenn wir solch einen Werkstatt-Unterschrank aus USB selber bauen. Bis gleich! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute, wie schon gesagt, diese Werkstatt-Unterschränke planen. Das ist so der Aufbau, den ich vorhabe. Das ist jetzt im Prinzip nichts Besonderes. Das ist so wie eben sonst auch Unterschränke, wenn ihr die bei Ikea oder ähnlichen Herstellern kauft, im Prinzip aufgebaut sind. Und sie sind einfach ein bisschen angepasst an das, was man so an der Werkstatt braucht, an das, was an typischen Materialien im Baumarkt vorhanden ist. Und sie sollen natürlich auch möglichst kosteneffizient sein. Schauen wir uns mal an, wo diese Werkstatt-Unterschränke hin sollen. Das ist also meine Planung meiner neuen Werkstatt. Die werde ich jetzt demnächst anfangen einzurichten. Und dafür möchte ich hier hinten gerne an dieser Stelle, wo ich hier einfach mal diesen weißen, diesen weißen, was ist es denn? Würfel ist es ja nicht. Ein Würfel hätte, glaube ich, gleich lange Seiten. Also wo ich diese Form hier einfach reingezeichnet habe, da sollen Unterschränke hin. Und ganz, also wir können hier einfach einmal schauen, das Ganze hat eben hier eine Breite von 358 Zentimetern und ich möchte meine Werkstatt-Unterschränke gerne in einer Höhe mit der Arbeitsplatte von einem Meter haben. Jetzt habe ich auch schon mal ein bisschen geschaut, was für Material man gut nehmen könnte. Und ich habe hier beim Bauhaus in diesem Fall USB-Platten gefunden. Die sind 67,5 Zentimeter breit. Das ist ein bisschen breiter, als das zum Beispiel bei Hornbach der Fall wäre. Bei Hornbach sind die nämlich nur, ich glaube, 60 oder 62 Zentimeter breit. Das finde ich ganz praktisch, weil man sowieso ja noch Nut und Feder abschneiden muss. Dann habe ich geschaut, was gibt es an Arbeitsplatten. Da ist das günstigste, was ich gefunden habe, bei Hornbach. Die haben hier 260 Zentimeter, 2,60 Meter in 60 tief und 28 Millimeter stark für 21 Euro. Das ist natürlich ein Sperrholzkram, was sich relativ schnell durchbiegt. Deswegen machen wir oben, wo habe ich meine Skizze, hier auch diese Träger aus einfach Kantholz rein, damit sich eben unsere Arbeitsplatte nicht durchbiegt. Und das sind dann diese Teile, die gibt es wieder beim Bauhaus. Da kostet ein laufender Meter 74 Cent. Das ist, glaube ich, auch in jedem Budget drin. Schauen wir aber ganz am Ende, wenn wir unsere Cutlist haben, dieses hier. Dann können wir ganz am Ende einmal schauen, wie viel Material brauchen wir tatsächlich konkret von was. Und können dann ausrechnen, was es uns tatsächlich genau kostet, solch einen Unterschrank herzustellen. So, wir wissen also jetzt schon diverse Sachen. Wir wissen, wie unsere Werkbank oder unser Arbeitstisch hier an dieser Seite aussehen soll. Da soll also nachher zum Beispiel eine Tischbohrmaschine draufstehen, vielleicht auch ein Schleifgerät und so weiter. Und unten sollen natürlich Schubladen rein. Schubladen sind jetzt nicht Teil dieses Projekts. Die machen wir dann separat. Es soll wirklich nur um den Unterschrank gehen. So, ich habe also meine Höhe. Was ich jetzt machen würde an solch einer Stelle, wenn ich mir hier einen Unterschrank reinplanen möchte. Das ist jetzt quasi ja ein Aufbau, den ich immer wieder benutzen möchte. Ich werde den nicht genau an dieser Stelle zeichnen, sondern ich zeichne den einfach mal davor. Dann kann ich nämlich das hier hinter im Prinzip als Größenreferenz benutzen. Und ich zeichne mir jetzt einfach hier mal mit dem Maßband, zeichne ich mir einfach mal hier zum Beispiel von oben eine Hilfslinie mit 28 Millimetern Abstand von oben ein. Und ich kann hier auch schon mal meine 60 Zentimeter von dort einzeichnen. Und jetzt könnte ich auch einfach meinen Raster mal festlegen. Da möchte ich gerne von hier aus 60 Zentimeter haben. Dann würde ich sagen, wir können einen 25 Zentimeter breiten Bereich machen, in dem man zum Beispiel Mehrfachsteckdosen anschrauben könnte. Vielleicht einen Luftauslass, einen Anschluss an die Absauganlage und so weiter. Dann gehen wir wieder 60 rüber und gehen nochmal 60 rüber. Und jetzt bleibt hier hinten ungefähr 30 Zentimeter dürften das sein. 35 sind es. Da möchte ich nachher hier in die Ecke so einen Eckunterschrank mit so einem Karussell einbauen, wie man das auch aus der Küche kennt. Und das machen wir aber alles später. Heute soll es tatsächlich einfach um die Konstruktion solch eines Unterschrankwürfels gehen, wie man den anpasst und so weiter. So, wir fangen mal an. Wir können einfach erstmal anfangen, ein Rechteck zu zeichnen. Denn was wir wissen ist, wir haben eine Arbeitsplatte, die bis zu dieser Höhe hoch... Also, nein, eine Arbeitsplatte ist Quatsch. Wir haben eine Seitenplatte, die bis zu dieser Seite hoch geht. Das sind 97,2 Zentimeter. Das zeigt er mir jetzt auch unten rechts an. Denn ich brauche ja, da wo meine Arbeitsplatte hier oben ist, da brauche ich ja nachher schon mal keine Seitenwange mehr hoch machen. Da liegt meine Arbeitsplatte ja oben drauf. Und ich möchte eben mit der Oberseite meiner Arbeitsplatte auf genau einen Meter kommen. Jetzt sagt er mir hier unten 38 mal 97,2. Die 38 ergeben sich jetzt hier aus meiner Konstruktion für mein Holzlager. Die ignorieren wir mal. Wir geben mal ein. 60, Semikolon 97,2. Und jetzt hat er mir hier einfach ein Rechteck hingezeichnet. Kann ich ja hier mal vorziehen. Das, wissen wir jetzt schon mal, ist unsere Seitenplatte. Das endet also jetzt hier genau unterhalb der Arbeitsplatte. Jetzt schaue ich hier nochmal einmal rein. Das Material, was ich mir ausgesucht habe, ist 18 Millimeter starkes MDR, äh, MDR sage ich schon, Multiplex. Das heißt, ich kann jetzt auch diese Platte hier einfach erst mal 18 Millimeter dick machen, dreimal anklicken, dann markiert er mir alles. Und daraus würde ich jetzt in diesem Fall einfach mal eine Gruppe machen. Damit haben wir schon unsere Seitenwange. Jetzt können wir die einfach mal duplizieren, denn wir brauchen ja auf der anderen Seite auch eine. Die verschiebe ich jetzt auf der grünen Achse und mache gleichzeitig ein Duplikat. Und ich kann die jetzt hier einfach an meiner Hilfslinie ausrichten. Und jetzt weiß ich schon, diese beiden Platten, die stehen im richtigen Abstand zueinander. Jetzt können wir uns auch unsere Rückwand schon dahinter zeichnen. Das machen wir jetzt auch mal. Und die zeichnen wir von hier bis dort und machen die 18 Millimeter dick. Jetzt haben wir insgesamt eine Tiefe von, machen wir das mal so, 61,8. Das ist natürlich zu viel, denn wir haben jetzt hier 60 Zentimeter Seitenwange plus diese 18 Millimeter der Rückwand, kommen so auf diese 61,8. Aber unsere Arbeitsplatte, da ist sie, ist ja nur 600 Millimeter tief. Wir müssen die also noch mal ein bisschen schmaler machen. Ich finde das ganz gut, so ist es auch in der Küche normalerweise, wenn wir hier vorne Schubladengriffe vorhaben, wenn die nicht über die Arbeitsplatte seitlich rausstehen. Also wenn nicht die Arbeitsplatte hier tatsächlich direkt endet und dann der Griff noch vorne raussteht, weil dann bleibt man leicht am Griff hängen. Und außerdem, wenn die Arbeitsplatte ein bisschen übersteht, dann kann man da auch einfach mal eine Schraubzwinge festmachen, wenn man das gerne möchte. Also überlegen wir jetzt mal, wie breit oder wie tief soll dieser Überstand oben sein. Ich würde mal sagen, wir machen diesen Überstand oben 4 Zentimeter. Jetzt würde ich hier einfach mal reingehen und würde diese hier mal nach hinten schieben und wir machen mal erstmal 4 Zentimeter und jetzt mache ich einfach nochmal 1,8. Dann brauche ich nicht rechnen. Und jetzt sind wir bei 56 Zentimetern, die wir hier haben, inklusive unserer Rückwand. Das bedeutet, unser Überstand vorne für die Arbeitsplatte wären eben genau unsere 4 Zentimeter. Jetzt lasse ich das mal wieder weg. Jetzt überlege ich gerade, eigentlich wäre es schöner, wenn die Seitenwange bis hinten durchgeht. Ich habe das jetzt aber eben so rumgezeichnet, dass die Seitenwange hier gegen die Rückwand stößt. Das möchte ich nochmal verändern. Und deswegen schiebe ich das jetzt hier einfach nochmal nach, fangen wir den Punkt, genau, schiebe ich hier nochmal zurück. Da gehe ich nochmal rein und tausche hier das aus. Dann, wenn man nämlich dann einen dieser Kästen nachher von der Seite sieht, dann sieht man, guckt man da nicht so auf die Rückwand, sondern, ja, die Rückwand geht dann einfach tatsächlich bis hinten durch. Das hätte ich zum Beispiel hier an dieser Seite, würde man das sonst sehen. Und hier auf der anderen Seite würde man es, ja, hier habe ich so ein Fach, wo ich dann den Hobel drunter schieben möchte. Da würde man es auch sehen. So, kommen wir zurück zu unserem Unterstand. So, was ihr sicherlich auch schon bei anderen YouTubern gesehen habt, Michael von Let's Bastel zum Beispiel macht das auch so. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Prinzip, ist, dass die Arbeitsplatte, dass die Unterplatte, also dieses Teil, was hier blau markiert ist, blau eingefärbt ist, blau texturiert ist, das liegt vorne und hinten einfach auf einem Streifen USB auf. Ich möchte hier auch so einen Sockel haben, der soll ein bisschen zurückversetzt sein. Und ich möchte gerne bei mir diese Sockel 10 Zentimeter hoch machen. Das ist relativ viel. Allerdings, zumindest im Verglichen mit einer Küche, da ist das oft auch weniger. Allerdings ist eben mein Unterschrank sowieso relativ hoch, weil ich meine Arbeitsplatte auf einem Meter haben möchte. Das ist für eine Küche wäre das schon sehr hoch. Da wäre wieder mein Tipp, das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gesagt, als wir die Werkbank geplant haben. Wenn ihr wissen wollt, wie hoch eure Arbeitsplatte sein soll, dann stellt euch einfach mal an eure Küche zum Beispiel und versucht, probiert dort einfach mal auf. Auslegt die Hände auf die Arbeitsplatte, guckt mal, ob das angenehm ist und dann bockt euch das einfach mal auf mit ein paar Büchern oder Schuhkartons oder sowas und probiert einfach mal aus, welche Größe für euch richtig ist. Ich bin 1,88 Meter, ich arbeite gerne auf einer Meter Höhe, darf vielleicht auch noch 1,03 Meter oder 1,05 Meter sein, das ist auch okay. Niedriger mag ich es allerdings nicht. So, kommen wir zurück zu unseren Unterschränken. Jetzt brauchen wir mal diese beiden Leisten hier aus OSB, auf denen unser Boden dann nachher aufliegt. Gehen wir mal hierhin zurück. Und da können wir uns jetzt einfach einmal hinten ein Rechteck hier hinten einzeichnen. Das können wir jetzt so machen und das, ähm, tja, wie machen wir das jetzt? Ne, wir machen das mal anders. Wir gruppieren mal erstmal die Rückwand und dann würde ich sagen, wir machen hier einfach mal eine Linie hoch. Die ist 10 Zentimeter hoch und dann gehen wir hier rüber, runter und wieder zurück. Jetzt haben wir hier eine Fläche und die kann ich wieder auf 18 Millimeter vorziehen. Dreimal markieren. Oh, der hat mir mein Teil hinten eben nicht markiert gehabt. Dann gehen wir nochmal zurück. Das wollen wir dann nicht. Ist das jetzt wieder ein Teil? Ja. Ach, ich war noch in der Gruppe drin. Das war der Fehler. Also, nochmal. Hier gehen wir 10 Zentimeter nach oben. Dann gehen wir rüber, gehen hier nach unten und hier machen wir wieder zu. Dann haben wir hier eine Fläche, die wir um 18 Millimeter nach vorne ziehen können. Dreimal markieren. Warum markiert der mir denn diese Fläche mit? Hat er da eine Fläche hingebaut? Ja, das ist der Fehler. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Warum? Ich habe das doch eben gruppiert. Das war doch eine Gruppe. Nochmal zurück. Nochmal zurück, zurück, zurück. So. Ist das Ganze jetzt hier eine Gruppe? Das ist... Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und zwar ganz gewaltig. Was habe ich denn hier verkehrt gemacht? Ach, ich habe nur die... Ah, ich verstehe. Ich habe eben nur die vordere Kante markiert gehabt. Dann machen wir das mal rückgängig. Dreifach-Klick. Jetzt gruppieren wir das und jetzt ist auch das hier hinten. Entschuldigung. Also, jetzt können wir weitermachen. Das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe. Jetzt zeichne ich mir nochmal hier unten mein Brett rein. 10 Zentimeter. Runter, rüber, bis dort. Und jetzt können wir 18 Millimeter nach vorne gehen. Dreifach-Klick machen, gruppieren. Fertig. Jetzt haben wir hier schon das hintere Teil, auf dem unsere Bodenplatte aufliegt. Und das würde ich jetzt hier an diesem vorderen Punkt greifen, drücke dann die Alt-Taste. Dann scheint hier dieses kleine Plus an meinem Mauszeiger, damit ich ein Duplikat mache. Und dann ziehe ich das von dem Punkt aus auf der roten Achse nach vorne. Und ich gehe erstmal einfach bis zu dem vorderen Punkt. Da möchte ich es aber natürlich eigentlich gar nicht stehen haben. Das ist ja auch merkwürdig. Ach so, ich habe die andere Seite noch nicht angepasst. Also ich baue hier gerade einen ziemlichen Schrott zusammen, muss ich mal feststellen. Egal. Wir machen jetzt weiter und korrigieren unsere Fehler. Ich denke, das ist ja auch lehrreich. Jetzt schiebe ich hier die Platte einfach um diese 4 Zentimeter von dieser Kante aus wieder zurück. Jetzt gehe ich nochmal in diese Gruppe rein, mache diese auch auf diese Länge und jetzt bin ich in meiner Werkbank. So, jetzt haben wir die beiden Seitenteile. Wir haben die Rückwand und wir haben die beiden Flächen, auf denen nachher unsere Bodenplatte aufliegt. Bodenplatte ist ein gutes Stichwort. Die zeichnen wir jetzt ein und die geht von hier hinten, von diesem Punkt, erst einmal bis hierher. Jetzt haben wir eine Fläche, die, ihr ratet es schon, machen wir wieder 18 Millimeter dick. Und jetzt kann ich diese vordere Kante einfach hier mit dem Push-Pull-Tool nach vorne ziehen, nehme das hier als Längenreferenz, dreifach Klick, kopieren und dann haben wir unsere Bodenplatte da drin. Jetzt sieht das Ganze schon ganz gut aus. Was uns jetzt im nächsten Schritt fehlt, sind hier oben die Balken, auf denen unsere Arbeitsplatte aufliegt, die als Stütze dienen sollen. Und dafür, das hatte ich ja eben gerade schon gezeigt, habe ich mir hier dieses Rahmenholz rausgesucht. Das möchte ich benutzen und da habe ich eine Größe von, ich zeige es nochmal ganz kurz, da habe ich eine Größe von 8,5 x 3,8 Zentimetern. Und das würden wir uns jetzt einfach mal als Profil aufzeichnen und dann richten wir es aus. Also wir gehen dazu einfach mal hier hinten in diese Ecke, denn das ist eine, in der ich ein solches Kantholz haben möchte. Und dann ziehe ich das jetzt hier einfach mal groß. Und ich ziehe das jetzt mal so, dass es deutlich nach unten länger ist, als es breit ist. Und jetzt sehe ich nämlich hier unten rechts in meinem Abmessungsfeld schon 8 Zentimeter ist meine Breite. Also ist der erste Wert, ist meine Breite, das ist nämlich der kleinere. Und 24,7, der zweite Wert, das ist meine Höhe. Jetzt kann ich hier einfach mal eingeben, ich möchte eine Breite haben von 3,8. Semikolon trennt die beiden, wie sagt man, die beiden Koordinaten voneinander, die beiden Ausdehnungen meines Rechtecks. Und die zweite Richtung ist 5,8. Dann drücke ich Enter und dann habe ich hier das Profil von meinem Rahmenholz. Und das kann ich jetzt einfach ganz schamlos einmal zur anderen Seite rüberziehen, klicke das wieder dreifach an und habe meine Gruppe. Das ist schon mein erstes Rahmenholz, was uns eine Aussteifung gibt. Davon können wir jetzt ein Duplikat machen, das ziehe ich wieder auf der roten Achse bis hier vorne hin. Jetzt möchte ich aber gerne vorne noch so eine Dekoblende reinmachen, das heißt, ich gehe mit dem Teil 18 Millimeter zurück. Und jetzt habe ich genau noch den Abstand, den ich nachher brauche, um hier so einen 18 Millimeter USB-Streifen mit 58 Millimeter Höhe draufzusetzen. Und jetzt möchte ich gerne noch ein weiteres Rahmenholz in der Mitte haben. Dazu würde ich mir einfach einmal hier eine Linie als Hilfe einzeichnen. Und ich zeichne die von diesem Punkt bis zu diesem Punkt. Und jetzt kann ich nämlich hier den Mittelpunkt dieser Linie fangen. Und ich kann hier, wenn ich diese Gruppe markiert, ich markiere diese Gruppe, Johannes langsam. Ich markiere diese Gruppe. Ich möchte jetzt hier meinen mittleren Balken reinkopieren. Ich habe mir hier eine Hilfslinie hingezeichnet, die quasi mir meinen Mittelpunkt markiert. Ich kann jetzt diesen Mittelpunkt fangen. Jetzt markiere ich meinen Balken. Ich wähle mein Verschieben-Tool. Und als Punkt, von dem aus ich das Ganze verschiebe, nehme ich hier diesen Mittelpunkt dieser Linie. Den kann ich ja fangen. Dann drücke ich wieder meine Alt-Taste, um ein Duplikat zu machen. Und dann schiebe ich das auf der roten Achse schon mal in die richtige Richtung. Jetzt drücke ich Shift. Dann wird meine rote gestrichelte Linie hier fett. Das heißt, egal wo ich hier mit dem Mauszeiger hingehe, der bleibt immer auf dieser Achse für das Verschieben. Und jetzt kann ich mit meinem Mauszeiger diesen Punkt hier, den ich mir eben als Mittelpunkt eingezeichnet habe, also als Verschiebereferenzpunkt quasi, als Mitte zwischen dem hinteren und dem vorderen Balken, den kann ich fangen und einmal klicken. Dann legt er mir den Balken da ab und jetzt weiß ich, mein Balken ist eben genau in der Mitte zwischen den anderen beiden Balken. Jetzt kann ich meine Hilfslinien hier wieder rauslöschen und habe meine Unterstützung, meine Verstrebung, meine Versteifung. Jetzt können wir uns hier vorne noch unsere 18mm-Platte wieder draufzeichnen. Zack, gruppieren die einmal und damit ist unser Unterschrank im Prinzip auch schon fertig. Mehr brauchen wir nicht tun, um einen Unterschrank zu zeichnen. Jetzt würde ich mir hier alles einfach mal markieren. Zack, zack, zack. Und unten auch diese Platte und unten auch, wie komme ich da jetzt am cleversten hin, unten auch diese Platte. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt und verlaufen. Ah, ich bin in meiner Tischkreissäge. So, und jetzt sehe ich schon, ich habe hier hinten noch die Rückwand vergessen. Die markiere ich mir auch noch. Und jetzt kopiere ich dieses Ganze einfach mal. Und jetzt würde ich mir das mal kopieren. Und jetzt werde ich noch mal meine Datei wechseln, nämlich in die eben verschobene, wo ist sie denn dort? In diese Datei gehe ich mal rein, in der ich vorher meinen Unterschrank einmal Probe geplant habe. Und kopiere den jetzt hier mal rein. Und jetzt sehen wir schon, das ist also genau dasselbe Teil. Einfach nochmal. Was mache ich jetzt, wenn ich merke, an einer Stelle ist der 60er vielleicht gut, an der anderen Stelle brauche ich aber vielleicht nur einen 40er oder ich möchte einen 80er haben oder einen Meter haben oder was auch immer. Das ist überhaupt kein Problem. Der ist nämlich jetzt dadurch, dass der so in Gruppen eingeteilt ist, lässt er sich sehr einfach in seiner Größe anpassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah nee, also ein Meter, das ist mir zu viel. Meine Arbeitsplatte soll nur 90 Zentimeter hoch sein, also genau 10 Zentimeter weniger. Das ist überhaupt kein Problem. Dann markiert ihr alle Elemente, die hier oben sind, nehmt das Verschieben-Tool und verschiebt die einfach mal um 10 Zentimeter nach unten. Jetzt könnt ihr diese Fläche markieren, diese Fläche markieren, diese Fläche markieren. Und dann nehmt ihr euer Skalieren-Tool und nehmt hier den mittleren Punkt und skaliert das einfach bis hier runter. Und das war es schon. Jetzt ist dieser Schrank nur noch mit Arbeitsplatte, wenn die noch draufkommt, nur noch 90 Zentimeter hoch. Wenn ich jetzt hier einmal außen messe, von diesem Punkt zu diesem Punkt, dann sind das jetzt eben 87,2 plus unsere 28 Millimeter von der Arbeitsplatte, wären dann genau 90 Zentimeter. Dasselbe funktioniert auch in der Breite. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich möchte gerne, dass mein Tisch nicht 60 breit ist, sondern er soll 80 breit sein. Kein Problem. Ihr nehmt eine der Außenwände, nehmt das Verschieben-Tool und schiebt erstmal diese Außenwand 20 Zentimeter nach rechts. Jetzt habt ihr dieses Brett, dieses Brett, dieses Unterlagebrett, die Rückwand, unsere drei Aussteifungsbalken und diese Blende hier vorne. Und dann skaliert ihr die einfach mit dem Skalieren-Tool hier um diese mittlere Achse, bis ihr hier an diesen Punkt anstoßt. Ganz wichtig ist, ihr dürft natürlich dieses Brett nicht mitmarkieren, weil sonst würde dieses Brett auch breiter werden. So, jetzt haben wir hier unseren Unterschrank mal so skaliert, dass er eben 90 hoch ist mit Arbeitsplatte und 80 in der Breite. Noch ein weiteres Beispiel. Wir machen ihn mal auf eine 40er Breite, dann schieben wir das hier mal um 40 Zentimeter rüber, markieren wieder hier alle Teile und schieben die von hier nach hier. Das hat jetzt, wie lange gedauert? Ungefähr 10 Sekunden, hier die Maße anzupassen. Das geht also wirklich sehr, sehr schnell. Das ist im Prinzip schon alles, was ihr machen müsst. Ihr zeichnet euch einmal diesen Korpus und dann könnt ihr den einfach immer nehmen und immer wieder auf die nächste Breite anpassen. Und ich könnte jetzt eben mir hier, wenn ich meine Werkstatt planen möchte, dann könnte ich jetzt mir hier das mal weglöschen. Und ich kann auch mal hier meine Hilfslinien rauslöschen. Die brauche ich da jetzt auch nicht mehr an der Stelle. Jetzt könnte ich meinen Korpus nehmen, schiebe den hier hinten an die Wand und dann kann ich ihn im Prinzip einfach hier mal drei. Zack, zack. Jetzt habe ich ein Mittelteil. Das soll 25 Zentimeter breit sein. Jetzt hätte ich hier schon den Plan für meine vier Korpusse. Da könnte ich jetzt noch meine Platte dazwischen zeichnen. Die möchte ich gerne, so dass sie hier, wie machen wir das am cleversten? Ja, die kann auch diese vier Zentimeter zurückliegen. Machen wir mal so hoch. Warum hat er jetzt hier mehr gemacht, als ich wollte? Vier, zack. Dann gehen wir von dem Punkt aus hier rüber, gehen hoch. Hier könnte ich jetzt natürlich mir auch ein Rechteck reinzeichnen oder ich hätte das vorne zeichnen können. Ist aber egal. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und habe jetzt hier noch meine 18 Millimeter. Zack. Und jetzt habe ich auch das Mittelteil, Flächenumkehren mit meiner Einheit, wo dann die, wo Luftauslass ist, wo meine Steckdosen sind und so weiter. So, kommen wir mal wieder zurück zu unserem Kasten. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir mal uns daraus, ich mache das hier mal auf die ganze Größe, damit ihr das richtig seht. So, dass wir mal diesen Kasten so zerlegen, dass wir zu solch einer Cutlist kommen. Dazu habe ich mal hier, dazu nehme ich jetzt mal diesen Kasten einfach zum Weiterverarbeiten. Und bei dem habe ich jetzt alle Teile, die jeweils identisch sind, die die gleiche Größe haben, die habe ich mit derselben Farbe eingefärbt. Also ich habe diese Seitenwand und diese Seitenwand sind spiegelgleich, das sind identische Teile, sind eben beide in diesem rosa Ton. Meine Aussteifungsbalken hier haben alle diesen lila Ton. Und wenn ich hier von unten gucke, dieses Teil und dieses Teil, auf dem meine Bodenplatte aufliegt, die sind eben grün. Und so weiß ich sofort, ah, die sind identische Teile. Rot hier zum Beispiel, diese Blende vorne, die habe ich ja nur einmal, die hat da eine eigene Farbe. Jetzt würde ich mal hier einfach alles markieren, zack, mir kopieren und eine neue Datei aufmachen, damit wir ganz von Anfang an anfangen. Chris brauchen wir nicht und kopiere das hier einfach einmal rein. Damit, das habe ich jetzt im Prinzip nur gemacht, damit hier unsere anderen Kästen weg sind und ich die nicht rauslöschen brauche. Was ich jetzt mache, ist, dass ich erstmal alle Teile quasi runterklappe. Also als würde ich eben alles, alle Bretter einzeln flach auf den Boden legen. Das ist der erste Schritt, den ich mache, um mir das, um mir mein, 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 ja, im Prinzip mein Säge-Layout zu überlegen. Dazu nehme ich erstmal die beiden Seitenteile, klappe die um 90 Grad nach unten. Na, komm, fangen wir die Achse, genau, 90. Dann würde ich unsere Rückwand mal nach hinten klappen. Auch die legen wir einfach flach auf den Boden. Und dann haben wir hier unsere Bodenplatte. Die legen wir hier mal daneben. Na, komm, fangen wir den Punkt. Zack, so. Dann haben wir hier noch zweimal unsere Stützen unten, unsere Auflieger für die Bodenplatte. Die können wir auch hier einfach einmal rumlegen und dann hier hinten ansortieren an diesem Punkt. Die können wir jetzt hier einfach nochmal duplizieren und hier vorne weglöschen. Ist ja das gleiche Teil. Jetzt haben wir hier oben noch eine Blende. Die können wir auch einmal unten mit hinlegen. Verschieben wir erstmal hier runter. Da fängt er mit dem Punkt wieder nicht. Der alte Drecksack. So. Dorthin wollen wir das Teil haben. Und dann legen wir es noch flach hin. Zack. So. Jetzt haben wir alle Teile, die aus OSB sind, haben wir jetzt schon flach auf dem Boden liegen. Und dann sortieren wir die hier mal auch hintereinander einfach und haben diese Teile auch. Und die können wir jetzt auch einfach einmal auf den Boden legen und erstmal hier zur Seite schieben. Die brauchen wir später wieder. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf unsere OSB-Platten, die wir hier beim Bauhaus kaufen können. Die haben ein Maß von 2,05 Meter mal 67,5 Millimeter in 18 Millimeter stark. Jetzt können wir uns also mal anschauen, welche Größen wir hier haben und wie wir das am cleversten aufteilen. Aus einem Teil kriegen wir es nicht raus. Das ist klar. Aber wenn wir uns mal diese Platte und diese Platte nebeneinander legen, dann haben wir, die sind ja jeweils knapp einen Meter hoch, dann haben wir eine Länge von insgesamt 94,4 Zentimeter. Das kriege ich also problemlos aus einer dieser OSB-Platten raus. Jetzt markiere ich mir hier mal alle und drehe die einfach mal um 90 Grad. Und dann können wir die hier mal, zack, dorthin legen und dann legen wir sie immer noch 10 Zentimeter rüber. Da sehen wir jetzt schon, das ist auf jeden Fall kürzer als diese Länge. Das heißt, das kriegen wir auch so in Kombination aus einer OSB-Platte raus. Wir haben jetzt den Vorteil, diese Teile, das sind ja alles welche, die hier in dieser Flucht eingebaut werden. Also die alle hier hintereinander eingebaut werden. Das heißt, die sind auch alle gleich breit. Ich könnte jetzt natürlich auch dieses rote Teil zum Beispiel hier noch hinten dran legen. Aber das mache ich nicht, weil das eben einfach eine andere Breite hat, wie man hier auch sieht. Und das wäre jetzt viel umständlicher, weil ich dann eben nicht, also für mein Zusägen wäre das viel umständlicher, weil ich dann hier nicht einfach einmal ganz lang legen kann. Und da es ja quasi egal ist, ob ich das Teil aus dieser Platte mache oder aus der, würde ich das jetzt einfach so lassen. Als letzten Teil haben wir dann hier noch unsere Balken. Die kann ich auch mal hier vorne mit dazu legen. Legen wir auch einfach erstmal an, na komm schon, an den Punkt und dann 10 Zentimeter rüber. Und jetzt haben wir schon hier relativ gut sichtbar, was für Teile wir eigentlich aussägen müssen. Ich mache jetzt mal hier die Achsen aus und dann gehe ich auf Kamera und mache die parallele Projektion an. Und dann wähle ich hier aus meinen Standardansichten. Wenn ihr die nicht habt, dann guckt bitte mein Video zum Thema Arbeitsplatz einrichten. Da zeige ich euch, wie ihr zu diesen Standardansichten kommt. Da wählt ihr die Ansicht von oben. Und jetzt sehen wir schon, dass das hier alles quasi nur noch als einfache Linien dargestellt ist. Ich drehe mir das jetzt mal um 90 Grad. So finde ich die Ansicht noch ein bisschen schöner. Und jetzt können wir anfangen, das Ganze zu bemaßen. Ich würde das jetzt mal so machen, dass ich hier das nochmal ein bisschen nach dort schiebe. 10 Zentimeter. Und das würde ich nochmal nach oben schieben um 10 Zentimeter, damit wir ein bisschen mehr Platz haben für die Bemaßung. Und jetzt ist für uns eigentlich wichtig, wie groß ist jede einzelne Platte. Jeweils mit zwei Maßen, nämlich mit der Breite und mit einer Länge. Und da die Breite für unsere beiden USB-Bretter, die wir quasi kaufen müssen, jeweils, also wir sägen jeweils gleichbreite Teile pro USB-Brett. Deswegen brauche ich hier eben auf dieser Seite nur einmal zu bemaßen. Da brauche ich einmal einen Streifen von 55 Zentimetern und einmal einen Streifen von 56,4 Zentimetern. Wir sehen jetzt also auch schon, auch die schmaleren USB-Platten, die es beim Hornbach gibt, würden uns hierfür reichen. Die sind ja 60 Zentimeter breit. Und wir brauchen hier eine Gesamtlänge von 67,2. Ich mache das mal auch auf die Unterseite meiner Bretter. Und dann mache ich jeweils auf die Oberseite, mache ich mir die Vermaßung dafür, welche einzelne, welche Längen ich von diesen USB-Platten dann abschneiden muss. Ich würde das jetzt in der Werkstatt einfach so machen, dass ich mir mit der Handkreissäge in der Führungsschiene die Ränder absäge dieser beiden USB-Platten. Und eben einmal so, dass ich auf 56,4 Zentimeter komme und einmal, dass ich auf diese 55 Zentimeter komme. Und dann braucht man einfach nur noch so rüber jeweils das Ganze wieder auftrennen. Oder wenn ihr keine so lange Anschlagsschiene für die Handkreissäge habt, dann macht ihr erst diese Schnitte und lenkt euch diese dann an der Kappsäge oder an der Tischkreissäge, am besten im Schiebeschlitten, wieder auf die richtigen Längen ab. Jetzt haben wir noch unser Kantholz. Auch da haben wir eine Gesamtlänge. Das sind jetzt 169,2. Unser Rahmenholz, da können wir hier nochmal schauen. Die gekauften sind 200 Zentimeter lang. Das passt also auch ganz gut. Da bleiben 30 Zentimeter über, da haben wir also auch kaum Verschnitt. Und ja, damit haben wir im Prinzip schon unsere Schnittliste. Jetzt würde ich hier nochmal reingehen, das bearbeiten. Da schreibe ich jetzt mal rein nur 5,8, weil das dann besser lesbar ist hier an der Stelle. Da schreibe ich auch mal nur 10 rein. Da schreibe ich auch mal nur 10 rein. Ich glaube, an allen anderen Stellen kann man die Maße ganz gut lesen. Und jetzt können wir mit unserem Text-Tool hier, können wir jetzt einfach quasi, wenn wir einmal reinklicken und wegziehen, dann kriegt man hier erstmal angezeigt, wie viel Quadratzentimeter das sind. Das brauchen wir jetzt aber gar nicht unbedingt. Ich könnte jetzt nochmal klicken und hier einen Text eingeben. Ich brauche aber nicht mal diesen Pfeil, deswegen drücke ich jetzt nochmal Escape. Ich klicke einfach zweimal an dieselbe Stelle und dann kann ich jetzt hier einfach einen Text eingeben, ohne dass ich diesen Pfeil hätte. Da kann ich jetzt hier eingeben, Seitenwand 1. Und hier kann ich reinschreiben, Zack, Seitenwand 2. Hier kann ich reinschreiben, Rückwand, Bodenplatte. Hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger mit der Beschriftung. Machen wir das mal so. Das ist jetzt Auflage 1 und Auflage 2 und das hier ist die Blende oben. Na, oben. Zack. Dann haben wir unsere Teile schon beschriftet. Wir können nachher das genau so aussägen, wie wir es brauchen und sehen eben auch genau, welches Teil ist eigentlich was. Was können wir noch machen? Wir können uns jetzt einfach einmal ausrechnen, wie viel uns ein so ein Unterschrank kostet. Wir wissen also jetzt, wir brauchen hierfür eine, ach so, was wir auch noch dran schreiben können, können wir hier an die Ecke schreiben, ist, das ist 18 mm OSB und das ist auch 18 mm OSB und das hier ist Rahmenholz 5,8 mal 3,8. Und was ich jetzt an solchen Stellen zum Beispiel gerne mache, ist, dass ich mir hier die genaue Beschreibung der Webseite einfach reinkopiere. Also in diesem Fall wäre das zum Beispiel Rahmenholz oder dass ich mir auch eine Produktnummer damit reinkopiere. Dann kann ich nämlich im Laden, wenn ich da stehe, einfach direkt danach fragen oder dass ich mir den Link da reinkopiere. Ich drücke mir das Ganze aus, kann das auf dem Handy, wenn ich im Laden stehe, aufrufen und alle Daten nochmal nachschauen, die ich brauche. Ja, das sind so Tricks, die man sich dann erarbeitet. Was wir jetzt machen, ist, dass wir einfach einmal ausrechnen, was uns das Ganze kostet. Wir haben also hier die OSB-Verlegeplatten, von denen wissen wir jetzt, wir brauchen zwei Stück. Das heißt, das wären zusammen 10,98 Euro, sagen wir mal 11 Euro. Dazu kommt ein kleines Stückchen Arbeitsplatte. Das würde ich jetzt an der Berechnung mal rauslassen, weil das ja über mehrere Tische rüber geht. Und wir brauchen eine sogenannte Latte Rahmenholz, die kostet 1,50 Euro. Das heißt, diese ganzen Teile zusammen kosten 12,50 Euro. Ja, habe ich richtig im Kopf gerechnet. Für 12,50 Euro könnt ihr auch bei Ikea keinen solch einen Unterschrank kaufen. Da kostet, glaube ich, der 60 Zentimeter Breite 24 Euro. Klar, der ist dann schon fertig gesägt. Ihr braucht nichts mehr sägen. Aber ihr habt ihn nicht selber gebaut. Und wenn ihr eure Zeit mal als Hobby betrachtet und nicht mitrechnet, dann ist es eben immer noch günstiger, solch einen Unterschrank einfach selber zu bauen aus OSB, anstatt selbst die günstigstmögliche Alternative, nämlich den Ikea-Unterschrank zu kaufen. Und ich finde einfach auch, dass in der Werkstatt solche weiß beschichteten Spanplatten, das sieht irgendwie blöd aus, finde ich. Ich finde, da passt OSB viel besser rein. Und ja, ich hoffe, das war euch hilfreich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei Instagram oder Facebook folgt. Jeweils einfach nach SketchUp für Holzwerker suchen. Da findet ihr das. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier das auch schon vorangekündigt gehabt, dass ich dieses Video mache. Da könnt ihr mir Fragen stellen. Da antworte ich in der Regel relativ schnell. Könnt ihr mir Rückfragen stellen, Themenwünsche mir schicken. Oder ja, einfach wenn ihr das nachbaut und irgendwo an einen Punkt kommt, wo ihr nicht weiterkommt, beschreibt mir genau, was euer Problem ist. Ich antworte euch da, helfe euch da. Oder natürlich auch einfach unten in die Videokommentare was reinschreiben. Da bin ich euch auch gerne mit Rat und Tat behilflich. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, mein Kanal ist werbefrei, wenn ihr mir als kleines Goodie etwas aus meiner Amazon-Wunschliste zukommen lasst. Da habe ich dann eine Kleinigkeit für meine Werkstatt, damit ich weiterbasteln kann. Wie gesagt, die fange ich jetzt an, ganz neu einzurichten. Insofern wird es von mir in Zukunft viele solche Werkstatt-Einrichtungsprojekte geben. Wir wollen einen Unterschrank für die Kappsäge planen, der auch auf diesem System basiert. Da habe ich aber schon eine ganz coole Idee. Wir wollen nochmal eine Werkbank planen, die frei steht. Einen Unterschrank für die GTS 10. Ja, PTS ist glaube ich die kleine. Genau, ich habe die GTS 10. Dafür will ich einen Unterschrank bauen, der dann auch noch die Tischkreissäge erweitert und so weiter. Das sind alles Projekte, die bei mir kommen. Drückt den Folgen-Button, dann verpasst ihr diese Videos nicht. Ich sage jetzt Tschüss und wünsche euch fröhliches Basteln. Ciao.